Der wird gleich ein Bann kassieren, der hat mir schon so viel Damage gemacht. Der hat mir schon zweimal direkt am Anfang vom Match... Verdient hat er das hier. Nein. Ja? What? What? Bruh. Ey, es wird halt immer schlimmer, es wird nicht besser, es wird immer schlimmer, die Runden werden immer schlechter. Gib die Bombe, Junge! Habe ihn. Den hätte ich auch haben können. Aber okay. Das ist aber nicht. Der Bot verweigert das Gehorchen, der rennt Mitte durch. Er ist ja gut, dann spottet der ja vor. Der Bot hat auf was denn gekillt? Ah, lang. Deiner ist kurz. Wisse? Ich hole den Bot. Oh fuck, aber ich habe ihn. Das ist doch nur eine Maschine. Boah, ich bin schon wieder low. Oh, Mann. Ich bin schon wieder low. Hehe War der oben drin oder was? Der stand an de Treppe und hat auf den Spot g'schaut Ja, nein Neeee, hee, 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 hee Oh, OH! Der ist links, links, links und dir, links und dir, links und dir Der ist lang Ich sag's auch, der ist lang Nicht so öffentlich spielen, einfach defensiv Links, 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 links Ja, geh einfach zurück, geh einfach zurück. Oh, schade. Alter, eine Reaktion. Fast ein Clutch hätte ich gemacht. Ich glaub's nicht. 1-E-3-Clutch vom Silber, Junge. Die wären so fehlt gewesen. Von der Maus in 4000 eingestellt. Vom geboosteten Silber. Deswegen ist das so schnell. One, go away. One. Oh, nein, nein, nein. Already passed. Oh, I didn't see his head, sorry. Oh, I didn't see his head, sorry. So, sorry guys, I didn't see his head. It was a good shot there. Good. You too, you too. Take the other one, bitch. I'm sorry. Chill before you see him. What the hell out there. Okay. Well done. Okay. Ah, schade. Knife geht nicht. Oh, jetzt rennt er. Genau. Okay. Das war wirklich kacke. Oh. Darum geht's nicht, da hättest du ihn so safe holen können. Der läuft bei dir vorbei und läuft weg. Ja, ich hab schon die ganze Zeit Angst gehabt, dass er sich einfach mal kurz umdreht und mich dann easy one tappt. Genau. Einfach so. Man hat das nicht mal gemerkt, dass du auf ihn geschossen hast. Ja, das kommt noch mal dazu. So geil, Alter. So geil. Okay. Nochmal B raus. Mach mal was anderes. Oder erst mal mithüt' mal A. Oder einfach A. Einfach allgemein A. Ich will auch nicht, da kommen wir jetzt nochmal A. Was ist das für ein Molly? Fuck. Geh auf B. Geh auf B on long. Wendet ihr mal? Hallo? Ja, was? Ja. Ja. Fünf gegen eins. Hüls bitte. Renn runter, ja. Rechte Tür. Nope. Leute? Diese Ecke ist einfach die beste Ecke, wo man wirklich auch durch snipen kann. Und die am häufigsten gewählt wird. Als nächstes ein paar Momente mit Freunden in Casual oder einfach zufälligen spielen. Na, die Smoke sitzt. Oh, der steht nicht in der Smoke. Ganz sicher damit. Ja, wir müssen nochmal sicher gehen. Hab dich. Ja, wieso wüsste ich da nicht? Doch, ich bin einfach auf diesen Paras gekämmt. Ach man, ich hätte noch ein bisschen weiter links schießen müssen. Ja, besser wärs gewesen. Ich hätte den Knie wenigstens getroffen oder so. Hehehehe. Oh, ist okay. Ne, Revolver geht gar nicht. Hast du ja recht. Der ist teilweise krank. Ey, der steht da ja noch. Scheiße. Hast du den gesehen? Nice. Nice.